Wie kann ich auf Reisen beten? Beten ist nicht an Ort und Zeit gebunden. Wenn wir mit unseren Lieben in Kontakt bleiben wollen, da tun wir das auch, egal wo wir in der Welt sind. Dann schicken wir über unsere Handys Fotos oder Kurznachrichten und berichten, wie es um uns steht oder telefonieren. Und so geht das eigentlich auch mit dem lieben Gott. Wir brauchen dazu nur kein Handy, sondern einfach mit ihm sprechen. Jetzt ist auf Reisen das ja so, dass man eben nicht im Alltag ist und so die gewohnten Tagesabläufe anders sind. Deshalb ist es gut, sich da auch im Tagesablauf Zeit zu nehmen, da mal vielleicht fünf Minuten zu beten. Oder, wenn ich in einer Kirche bin, nicht nur diese touristisch zu erschließen, sondern ein paar Minuten zu verweilen. Mir hilft auch immer das Rosenkranzgebet, weil den Rosenkranz kann man in der Tasche haben und dann gibt es irgendwo eine Situation, wo man warten muss, am Flughafen, vor dem Check-in oder an einer Bushaltestelle und da einfach mal im Stillen so ein Gesetz des Rosenkranzes zu beten. Das ist die Zeit gut genutzt und man wird nicht ungeduldig. Also, wichtig ist, egal wie, zu versuchen, mit Christus in Kontakt zu bleiben, egal wo man ist, zu Hause oder unterwegs. Das ist die Zeit gut genutzt und das ist die Zeit gut genutzt.